Herzlichen Glückwunsch, Slaviks Business wird international. Weißt du, Slavik, meine Mama hat immer gesagt, Schänkchen ist kein Vogel, Ausland ist kein Polen. Schänkchen ist kein Vogel, Ausland ist kein Polen. Wadik, was ist das? Was ist das? Schänkchen kann nicht fliegen, ist nur Vogel genannt. Und Polen sieht genauso aus wie Ukraine, ist Europa genannt. Wadik, sag mal was. Was? Wadiks Unterhose ist von Scheiße nass. Sehr witzig. Ich kann dir nur gratulieren, Wadik, dass wir in Marzahn wohnen. 5 Euro und du bist in einer Stunde in Polen. Ich suche sie immer, komplizierteste Weg, Slavik. Wadik, was daran kompliziert, du fährst nach Polen, kaufst Viagra, kommst zurück. Ich habe schon mit Concierge abgesprochen, da kommen die Kunden, holen bei ihm das Viagra ab. 5 Euro Gewinn pro Tablette. Das ist keine Viagra-Zeit, das ist Kirschkronextrakt aus Thailand. Das ist scheißegal, Hauptsache, du kriegst einen hoch ohne Rezept. Fertig. Warum darf ich nicht mitkommen? Wenn du dabei bist, nimmt mich keiner ernst. Ich hatte auch keine Zeit mit dir zu gehen, ich muss die Tüte über Marzahn drehen. Also Entschuldigung, dass ich absagen muss. Weil ich habe dir gerade gesagt, ich kann nicht. Ist was anderes. Die Bira. Guck, in diesem Buch ist Slaviks ganze schwarze Buchhalt. Wenn das Arbeit samt den Händekrieg dann, deswegen trage ich das immer direkt neben der Brust. Neben deinem Kännchen, Brust. Okay, war Witz, du musst jetzt nicht sauer werden. Du hast Glück gehabt, dass du dich entschuldigt hast. Mach jetzt Kamera weg, wir fahren jetzt zum Polen-Bus. Salam, willkommen in Marzahn. Das alles mache ich nicht für Geld, für keine Tränen, für keine Fans. Trotzdem verstehst du mich, Brata. Ab Bug, wo mich jetzt jeder kennt, bin ich mir fremd, sag mir, was zählt.